Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mangas. Es wird wieder Zeit, Intrigen zu schmieden, Messer zu schärfen und am Ende als allerletzter Überlebender ein Lächeln im Gesicht zu haben. Was heute alles so passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Erfolg. Ein Mapwechsel gemacht? Random. Okay, ich hoffe auf Pores. Ja. Napp. Random Mapwechsel. Und damit hallo, die erste Folge ging ja die Zettel in die Hose. Hm, ich hatte nicht richtig geupdatet. Ich habe nur im Spiel geupdatet. Und dadurch war alles verpixelt, babackt. Bisschen geht nicht mehr. Stell dir vor, ich hätte einfach den Poster angekillt. Alter, Legende. Aber gut, reden wir nicht darüber. Wir reden über dieses Spiel, weil ich bin Detektiv. Und werde den Upload vollziehen. Nachdem ich den Loan-Dot verzogen habe, wird das meine zweite Tätigkeit in dieser Runde werden. Ich sag mal so, es gibt Interessanteres als, äh, danach noch die Schlüsselkarte zu machen. Aber auch das habe ich erledigt. Icebox ist bei mir. Das ist krass. Icebox 2 Elektriker. Die gehen wir mal besuchen. Da ist die Tür zu. Carol läuft weg. Ich habe nicht Kimbox zu kommentieren. Die Jigs. Okay. Ich habe zwei drinnen. Da muss die Person vorher raus. Ging auch schon mal schneller, glaube ich. VIP. VIP. Ist das ein Bait gewesen? Klar gesagt, aber geht ja nicht. War der VIP-Bait geht nicht. Wer weiß. Das war instant. Drei sind so. Also gerade jetzt ist... Vor allem Bait in zwei Sekunden. Ich sag, es war einfach ein Lachen. VIP, was will ich fühlen? Oder... Einer wurde gecleant. Wieso? Ja, weil zwei nur angestellt wurden. Shrixie wurde gecleant. Oder gegessen. Haben wir das Wasser dran? Ja, natürlich. Ich glaube nur Michi und Pienats. Aber... Ich glaube, Michi und Pienats wurden angepackt. Aber wenn... Michi ist brandfrisch. Wenn der VIP gerade gestorben ist, muss ich es leider gestehen. Ich kann das nicht überhaupt ein Herz bringen, das zu sagen. Aber ich kann Ging sie rausnehmen, weil wir gerade zusammen unter Electrical gelaufen sind. Aber Ging sie kann dich nicht rausnehmen, ich kenne sie. Sie würde sowas niemals sagen. Sie muss... Ging sie... Ging sie, du musst. Ging sie, es ist keine Möglichkeit. Ging sie, es ist keine Möglichkeit. Ging sie, du hast eine Sonnenbrille auf, das ist das. Ich muss euch etwas mit schweren Herzen mitzeigen. Es gibt keine Möglichkeit. Aber Frigo hat den VIP-Kill wahrscheinlich nicht gemacht. Nein. Nein. Oh mein Gott. Es tut mir wirklich leid. Und okay, kein Problem, Ging sie, das muss dir nicht leiden. Aber... In jedem Fall greift Patentlösung, aber wir voten, Mashi. Nee, Frigo. Nein. Ich würde trotzdem Frigo. Frigo, wen hast du denn gefunden? Das Ding ist, wenn Gixi mich rauskommt, dann... Dann... Für den Adam-Kill ist der Fass des Held, keine Ahnung, der herkam, okay? Gottfuck. Frigo hat den anderen... Ich habe in der Runde niemanden aus Satire Mashi gesehen. Ehh... Irgendwo stand irgendwie gerade noch... Das Ding ist, es wäre dann gerade jemanden nicht raus. Mashi! Mashi? Nein, nein. Ich meinte an Eis war das gerade. Mashi war ein Admin. Ähh... Ja, wir waren kurz ein Admin, aber ich hatte... Ich war dann in Storage, habe die Kabel da gefixt und bin dann nochmal zu Admin. Mashi war ein Admin. Mashi war ein Admin. Mashi war ein Admin. Ja, Mashi war ein Admin. Also wenn da keine Leiche ist... Ich hoffe, mich zu beobachten. Gibt das. Gibt das. Dabei. Angenommen. Mit wem hast du eigentlich nicht heute rumgehangen? Wo hast du jetzt wen gefunden, Storm? Mir. Ja. Jetzt komme ich nicht auf irgendwas dazu. Aber Enden habe ich ihn getroffen. Ich bin gerade in Cafeteria. Komme. Da waren gerade Türen zu. Dann bin dann... Die sind schon länger wieder offen. Das Ding ist halt... Vielleicht hat die Jigs auch einfach den Kill gemacht und Frigo ist der Lawyer. Also ein Freund. Das könnte sein. Also wenn die Leiche ab der Enden war, dann ist sie auch relativ frisch. Weil ich habe vorhin auf die Jigs ist selber... Aber Enden ist keine Leiche. Da bin ich gerade. Also unterwegs hin. Unterweg... Es gibt auch noch... Die Böse. Die Böse. Ey. Ey. Spicy. Also nicht spicy eigentlich. Eigentlich gar nicht. Risky. Das ist das Wort, was ich suche. Risky. Risky. Schmisch. Aber... Ich glaube die Grundidee ist gar nicht so schlecht, ne. Dass Leechs vielleicht... Der Mörder ist und ähm... Frigo der Lawyer oder so einfach eine Doppelrolle spielt. Ich würde jetzt nicht gleich vertrauen. Sind die beide zusammenarbeiten schon? Ach, ich habe Simon Sands. Wie ist denn da? Hm. Das machen wir zum Schluss. Ich glaube, da habe ich keine Lust. Heißt die da? Stone ist da. Das habe ich gar nicht geschafft gehabt. Die Farben. Das ist Carol. Carol scheint nichts zu tun. Zumindest nichts böses. Die Leiche liegt vor Admin. Die habe ich auf der Cam gesehen. Die liegt in Admin. Ich sehe sie aber auf der Cam. Die hängt ein Stückchen in den Gang rein. Okay, bei mir liegt ein Stückchen in Admin rein. Aber ich sehe sie auf jeden Fall. Dann kannst du auch bezeugen, dass ich es nicht war? Nein, kann ich nicht. Weil als ich auf die Cam geschaltet bin, war die Leiche schon da, aber die Türen sind gerade zugegangen von Cafeteria und Storage. Die Türen sind gerade schon länger aufgegangen. Weil ich bin schon durch die Cafeteria durchgegangen. Die sind nur zugegangen. Und wieder. Wie schnell können die dann schon wieder zugehen? Ich glaube, bei Frego ist das eine Spinde oder so. Nein, Carol. Als ich auf Cam gekommen bin, bin ich zugegangen. Können wir uns befassen, dass auf jeden Fall ein Imposter schon tot ist, als wir einen Jackal haben müssten oder einen Sheriff geschossen hat? Also der arme Hydrid liegt in Admin. Das hat deswegen auch auf der Cam gesehen, aber er hat nicht gesehen, dass ich gerade die Leiche gefunden habe. Das ist nett. Wow, Frego lebt noch, also anscheinend. Weil ich nicht wirklich was an der Cam war. Bore, du kamst aus Electrical, oder? Ja. Also Bore kam mir gerade im Lower Engine entgegen. Was hast du denn da noch in Navigation gemacht? Ich habe einmal nur das Zeug gemacht, den Scheiter angeschaltet und dann bin ich gerade in O2 und habe die Blätter und zwei Blätter fehlen. Du hättest von dem Vent ausatmen kommen können. Hätte, hätte Fahrrad. Du hast es auf jeden Fall nicht gemacht. Du hast es auf jeden Fall nicht gemacht. Ich konnte nicht sehen, welche das ist. Danke. Ich habe nur kurz den Report-Button auf Flammen gesehen. Wo war die Leiche? Carole, wo hast du den Hybrid gefunden? Na immer noch in Admin. Okay, danke. Breaking News in Reaktor liegt auch in der Leiche. Also Carole ist nicht, zumindest gebändet, da gehe ich schon aus. Dann musst du ja beim Reaktor relativ frisch sein. Würde Carole auch rausnehmen und es würde mich auch rausnehmen, weil wir rechts waren. Ich muss Dixie rausnehmen. Wobei für die Runde weiß ich nicht. Stimmt. Ich habe nur Mashi gesehen in der Runde. Also ich habe nur Anfang der Runde rechts gesehen und dann die ganze Runde bis aufs Ende jetzt Bore niemanden gesehen. Gehen wir jetzt davon aus, dass wir jetzt voten oder nicht? Weil ein Jakar ist safe drin. Ich gehe davon aus, dass zwei Imposter und ein Jakar noch drin sind. Würde ich auch davon ausgehen. Sonst hätte der Sheriff eine gute Votestelle. Also wir können jetzt flippen, aber ich weiß nicht in welche Richtung das ausgeht. Sache an Gixi. Skippen. Nee, das ist schon nicht der Play. Wow. Ich überlege, was ist das für eine Paro? Alter, ich habe gar kein Vot. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich muss hier öfter spielen. Ich glaube, das spielt Mashi so ein bisschen. Echt. Push der Button. Ich bin schnell. Gixi macht die Tast. Ich bin für Button. Ganz ehrlich. Ich bin eindeutig für Button. Das ist mir nichts hier, Leute. Ja, sehe ich. Sehe ich. Du standest ja da. Ich habe Licht angemacht. Cary und Frigo sind zum Licht gegangen. Gixi hat die Benzin-Tast gemacht. Die wichtige Benzin-Tast. Gixi und Frigo sind da noch. Die Benzin-Tast. Gixi hat die Benzin-Tast. So, so. Ja. War mir wichtig. Gixi ist auch zu Electrical gehört gekommen. Also für mich ist halt immer noch so dieses Gixx-Frigo-Ding. Ist sie? Ja, die beiden sind auch gerade zusammen rumgelaufen. Wieso denn passiv? Ja, also einer von euch beiden müsste rechnerisch schon ein Bösewicht sein irgendwie für mich in meinen Augen. Ich bin für Frigo. Ja, aber ich glaube, die Aussage war ja, Frigo hat nicht getötet. Und Gixi kann ihn rausnehmen, ne? Das sind die Aussagen, die passen. Aber wir haben nie drüber geredet, ob Gixx jemanden getötet hat. In der Runde waren drei Kills. Ja. In drei Kills. Vereinen Kills haben wir uns. Oder einer von den beiden ist der Cleaner. Wegen des VIPs. Ne, es sind drei Gärme-Jakal halt. Aber ich bin der Meinung, wir haben nie über Gixx geredet in der Runde. Reden wir doch mal über Gixx. Ja, Gixx. Erste Runde. Ich erwarte von dir, dass du redest. Ja, 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 ja. Alles gut. Ich bin nach Mad Bay gegangen, weil ich am Anfang immer in Mad Bay bin. Und dann war ich in Electrical, wo gerade das Licht gefixt wurde. Wie bist du denn da hingekommen? Gewinnt. Nämlich links drum gelaufen bin. In der allerersten Runde. Ein ganz schön langer Weg. Das Licht ging relativ früh aus. Witzigerweise weißt du jetzt, was du getan hast. Obwohl... Ja, dann war ich in Electrical und danach bin ich ins Storage und hab mit meiner Tanktaste angefangen. Ich glaube, wir haben einen Jester. Und da kam Frigodon bei mir dazu. Von oben. Naja. Ich glaube, wir haben einen Jester. Ja, dann gewinnt er die Runde. Ist mir doch egal. Wer soll der Jester sein? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Tiri könnte Jester sein, weil... Niemand hat niemals einen Hass auf Tiri gehabt und Tiri hatte ein Vote. Warum sollt ihr den Vote kriegen? Ich habe sie nur in der ersten Runde gesehen. Ja, das kann gut sein. Ja, das kann gut sein. Ja. Aber sowas sagt... Warte, was voten wir jetzt eigentlich? Na, für Jijiks. Ganz klar. Ja, Marshy. Weil er einen Button gezeugt hat. Achso. Das wird wieder aufgeteilt. Warum habe ich einen Vote? Warum habe ich hier zwei Vote? Warum habe ich hier zwei Vote? Gerade hatte ich keine. Ist einfach gemein zu machen. Was soll passieren? Man verliert die Runde im Endeffekt nur, ne? Und dass ich das Ding dann noch am Ende gewinne? Boah, es kann halt wirklich... Die Figur gewinnt halt nicht mehr erst jetzt. Nach Leuer wird man Pursuer, ne? Pursuer. Ich habe halt noch Simon Says. Bäh. Also, das hast du einen Witz auf Safe, nicht? Nein. Das Ding habe ich auch noch nicht annehmen. Oh, Gott, Alter. Oh, Boris. Oh, Boris. Ich habe Neuigkeiten. Ja. Boris hat versucht, mich zu erschießen. Oh. Hat es leider nicht geschafft. Oh. Man kann Jester nicht erschießen. Ist doch eine neutrale Rolle, oder? Ich glaube, der Sheriff dürfte keine neutralen Rollen erschießen können. Na doch, den Jakar kann er auch erschießen. Oh. Idee. Ja, ich skippe eh bei 4. Egal, was ihr macht. Tarstum wird schwierig, weil ich dezent hinterhänge, aber skippe er von mir. Aber, ja. Ich... Nee. Nee, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Bore geschossen hat. Geschossen. Und so, wie der geschossen hat. Er kennt sich jemand aus. Aber warum? Er hat so ein Tänzchen gemacht und dann so... Er ist zu mir hin. Da hat er geschossen. Da hat er geschossen. Er ist zu mir hin in die Ecke und hat dann so gekippt. Ja, weil... Weil... Weil für mich ist, äh... Ist ja voll kontraproduktiv für die Imposter. Wir können, glaube ich, nur noch durch Tarst gewinnen. Ich geb mir auch Mühe. Ne, Laura skip. Ich glaube, wir haben alle drei geskippt. Gebot ich selber. Oh, what the fuck. Hm. Irgendjemand ist sau auf mich, dass sie vielleicht eine Imposter-Kunde raus... Niemand ist sau auf mich. Was? Ich glaube, Carol hat nicht gewartet. Nee. So, Beilung. Simon Says wird schwierig. Die Kabelarsch. Ich mach jetzt zuerst Simon Says. Das ist logisch, ne? Ich glaube... Wir hätten vielleicht roten müssen, aber... Ich hab keine Ahnung, den Behaltspunkt. Frego wird's nicht sein. Außer die machen wir ein Imposter-Duell, aber... Der einander. Hm, kann sein. Muss nicht sein. Oh, beinah verklickt, ey. So. Aber es muss richtig sein. Es wär schon ein Kill passiert. So, ich muss nur noch da hin. Lass mich durch. 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 Also ich bin fertig. An mir liegt's denn nicht, ne? Also... Yes. Werd aber auch beim nächsten Mal dabei. Wenn es heißt. Winten. Killen. Und Niederschnitzeln. Tschüss. Bis dann. Lass mich durch. 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 Vielen Dank.